Man sollte nicht über den Menschen regeln. Lass das Geheimnis wieder regeln. Das Buch der Lichter, das Buch der Bücher und das Heilige der Menschheit. Aum. Meine Lieben, die einzige Antwort in dem Sinne, dass man sagt, das bin ich, die man geben darf, ist, ich bin unsterblich. Alles andere sollte man nicht damit beantworten, indem man sagt, ich bin dies oder das, sondern lieber das, was man nicht ist, also ich bin nicht dies, nicht das und kann mich davon lösen, dann rechtfertigt es die Wahrheit der Aussage, du bist unsterblich. Aber nicht, wenn du so weitermachst. Was meine ich damit? Wenn du dich weiterhin mit dem Sterblichen identifizierst, dann kennst du die Wahrheit nicht, nämlich deiner Unsterblichkeit. So einfach ist das und wohl so schwer für die meisten, denn das Sterbliche ist ja schön. Das Vergängliche ist schön. Die Sinnesfreuden, die zwar vergänglich sind, sind aber dennoch, wenn sie aktiviert sind, wenn sie da sind, schön. Nur im Endeffekt sind sie leidvoll, weil sie der Veränderung und der Vergänglichkeit unterliegen. Und mehr und mehr Menschen fragen sich immer öfter, ist denn da nicht noch was? Ja, wie wäre es mit der Loslösung davon? Und wie wäre es mit wahrer Unsterblichkeit? Meine Lieben, manchmal denke ich, ich bin für euch eingetaucht in die Welt der Sinne, so extrem, und habe das überlebt, um euch das sagen zu können. Ehre sei dem Buch des Lichts. Das Buch des Lichts lehrt uns, alles Erkennbare an uns ist wegen seiner Vergänglichkeit leidbringend. Und das Heil oder die Heilung, das ist auch die wahre Bedeutung des Begriffes der Heilige oder von Heiligen, das liegt im für uns unerkennbaren Teil unseres Wesens, der, weil er ja jenseits alles Vergänglichen ist, kein Leiden kennt. Wir sind also aus dem Leidlosen immer wieder ins Leidvolle gefallen, aus dem Immateriellen in die Materie. Ja, warum haben wir das denn gemacht? Wie dumm kann man sein? Gute Frage. Richtige Analyse, dumm, Dummheit. Gott, freundlich gesagt, nicht wissen. Hat uns dazu gebracht, diese schöne Heimat, das Unzerstörbare zu verlassen, um uns in das Zerstörbare zu stürzen und dann auch noch exponierte Dummheit uns damit zu identifizieren. Und dann zu sagen, ich bin sterblich, aber wenn das so wäre, hätten wir keine Angst vor dem Tod, siehe die Vorträge davor. Also wo liegt das Heil für uns? Natürlich im unerkennbaren Teil unseres Wesens. Man kann sagen, dass die eigentliche und letzte Aufgabe darin besteht, uns von dem erkennbaren Teil von uns zu befreien und uns auf unser eigentliches Ich zurückzuziehen, auf diese Insel, auf die rettende Insel, die in dir ist. Der Big Bang, der Urknall, fand in dir statt. Für alle Wesen das gleiche Erlebnis. Da ist der Ursprung, liebe Wissenschaftler. Spendet eure missbrauchten Forschungsgelder lieber den hungernden Kindern in Afrika. So. Das ist die Absicht des Buchs des Lichts, uns zu befreien vom Vergänglichen, damit wir verstehen, die Wahrheit ist deine Unsterblichkeit. Was die Religionen von ihrem Gott behaupten, dass keiner ihn erschaffen hat, das lehrt das Buch des Lichts von allem. Urmaterie, Wesenheiten und der Urgrund sind zeitlos, ewig, unerschaffen, interagieren periodisch. Meine Lieben, wenn ein, kann ich die Beilegung, ich versuche das immer so einfach in Worte wie möglich, dass ein Kind das versteht, kann ich die als Bürde betrachten? Bei der Geburt bist du da rein, hast den befruchteten, das befruchtete Ei ergriffen, hast dich drin breit gemacht, wurde es immer größer, hast dich immer mehr ausgebreitet und flutscht bist du rausgekommen. Ja? Naja, klingt ein bisschen negativ, ja, aber so war es doch. Wenn jeder, auch der leiseste Wunsch oder Drang, nach dem erkennbaren Teil von dir für immer ausgelöscht ist, dann findet im Tode kein Ergreifen eines neuen Keimes statt, aus dem sich eine neue Persönlichkeit bilden könnte. Ja? Und womit dann der unerkennbare Teil von uns für immer von dem erkennbaren Leibbringenden befreit, erlöst ist. Dieser Vorgang, meine Lieben, wird so im Detail unter Leitung von Geburtsengeln und so weiter im Buch des Lichts beschrieben, was da passiert, denn schau mal, du kommst ja wieder, weil dein Verlangen dich zurückbringt und Energie kann nach dem Energieerhaltungssatz, dem Mayerschen Erhaltungssatz der Energie, kann nicht verloren gehen, wenn sie da ist. Das heißt, sie gruppiert sich neu um einen befruchteten Schoß und zieht die Wesenheit herein, sie breitet sich innen aus, flutsch kommt sie raus, die Schnauze voran, der Tore, da ist er wieder. Doch. Naja. Die erlösende Wirkung, Jesus kann dich nicht erlösen. Niemals. Aber er kann dir helfen, der Meister Jesus, wenn du dich dazu entschließt, nicht nur immer was von Gott zu wollen, sondern wenn ich mal so sagen darf, auch Gott zu wollen. Neulich habe ich ein Fernsehspiel gesehen, sagt die, ich glaube von der Kelly-Familie, nee, war so ein Interview, sagt die Frau da, die Sängerin, ich habe den lieben Gott gebeten, mir noch ein paar Jahre mit meinen Kindern zu schenken. Ich bin tiefgläubig, naja, das möchte ich doch bezweifeln. Wenn du tiefgläubig wärst, dann wäre die Einheit mit Gott dir das Wichtigste, nicht die Einheit mit deinem Kind. Dann würdest du Gott wollen und nicht etwas von Gott zu wollen. Ich will euch mal was sagen, mein Lieben, wenn der Teifel persönlich kommen würde und würde sagen, ich gebe dir das ewige Leben, aber du musst Gott verfluchen. Ich will euch mal was sagen, der größte Teil der Menschheit würde Gott verfluchen. So. Jetzt haben wir es gesagt, gell? Also, wenn du aber die Begierde ausreißt, dann wirst du Ruhe finden. Das hat, glaube ich, Thomas Akempis oder von Kempino, wie der hieß, der hat das gesagt. Reiße die Begierde aus, so wirst du Ruhe finden. Weißt du, wenn du an nichts mehr haftest, dann brauchst du auch nicht mehr ich zu sagen. Weil ich finde immer nur in Verbindung, also das Subjekt, das Ich, in Verbindung mit einem Objekt statt. Also ich bin dies und das, ich habe dies und das, ich sehe dies und das und so weiter. Da verschwindet auch der Ich-Begriff. Darum ist in Nirvana kein Ich. Aber das heißt doch nicht, die Wesenheit ist zerstört. Sie sagt nur nicht mehr ich. Das hat der Dalai Lama missverstanden. In Nirvana bist du zerstört. So, was ist die höchste Seligkeit? Das ist die höchste Wunschlosigkeit. Die höchste Heiligkeit. Der Untergang des Atar-Gedankens und der Aufgang des An-Atar-Gedankens. Des Nicht-Selbst-Gedankens. Ja, der mir sagt, das bin ich nicht. Und da stellt sich dann die Frage, inwieweit ist das Buch des Lichts Wissenschaft? Das Buch des Lichts ist Wissenschaftler wissenschaftlicher als alle wissenschaftlichen Bücher des Universums zusammen. Sei es von diesem Planetensystem oder von einem anderen. Denn schaut mal. Unter Wissenschaft verstehen wir ein System von Erkenntnissen. Gewonnen durch Erfahrung. Ja, aus Erfahrung. Man wird ja oft gesagt, Wissenschaft muss sich Selbstzweck sein, also nicht Mittel zu ferneren Zwecken. Naja, wenn das mal so wäre. Man fasst also das endlos mannigfaltige von anschaulichen Erscheinungen, die immer vor uns treten. Ich sage immer, jeder Dackel, jede Katze sieht mehr als ein Mensch. Aber sagen, lassen wir es mal, man fasst das zusammen unter wenige komparative, abstrakte Begriffe, damit man so ein bisschen einen Überblick hat, um die Gesamtheit der einschlägigen Erscheinungen. Man bezeichnet sie, man beschriftet sie, man gibt ihnen ein Etikett. So wie man mit Etiketten, kann man natürlich Etikettenschwindel auch betreiben, so wie das jetzt mit Corona gemacht wird, was eigentlich Grippe ist und man sagt einfach, es ist Corona. Die Wissenschaft sollte eigentlich nicht Mittel zu ferneren Zwecken in dem Sinne sein, als der Mann der Wissenschaft, wenn er Erkenntnisse gewinnt, welche durch die Pflege seiner Wissenschaft erreicht werden sollten, keinen anderen Zweck verfolgen dürfte, als den der Feststellung, der objektiven Wahrheit. Das scheint zwar selbstverständlich, ist aber in Wirklichkeit so wenig anzutreffen, wie es einen genialen Menschen gibt, der anzutreffen ist. Weil jemand, der genial ist, ist eigentlich jemand, der etwas rein objektiv betrachten kann, unbeeinflusst von den eigenen Neigungen, nachdem man vielleicht sagt, ja, das hätte ich gerne und das hätte ich nicht gerne. Und deswegen gibt es so viele Vorurteile in den Sekten und in der Religion. Wenn wir eine gefasste Hypothese haben, oh, dann macht sie uns blind für alles ihr Widersprechende. Und was dem Wunsche entgegensteht, das kann man oft gar nicht fassen und begreifen, während anderen liegt es klar vor. Und dann kommt dieses Problem, dieser Kampf zwischen Herz und Kopf, was gegen das Herz ist, das lässt der Kopf nicht rein oder umgekehrt. Wir haben immer wieder diese beiden Gegensätze. Es gibt Menschen, die halten Irrtümer das Leben lang hindurch fest. Und man hütet sich, jemals den Grund zu prüfen. Bloß aus einer uns selber unbewussten Furcht die Entdeckung könnte dazu führen, dass wir so und so oft und so lange das Falsche geglaubt und behauptet haben. Wisst ihr, was das bedeutet, meine Lieben? Das Buch des Lichts ist eine große Bedrohung für all, für Kunst, Wissenschaft, für alles. Vor allem für die Religionen. Wenn man sie wörtlich nimmt, dann ist es eine große Bedrohung, meine Lieben. Denn jemand, der sein Leben lang geglaubt hat, dass Jesus an ein Kreuz genagelt wurde, und nun schon allein, wenn er die wahre Bedeutung der Bibel liest, eine Zweigschrift des Buchs des Lichts und plötzlich wirklich verstehen muss, oh mein Gott, der wurde ja gar nicht an ein Kreuz genagelt. Das ist alles nur symbolisch gemeint. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. In so einem entsteht so ein Wutanfall auf sich selbst und den anderen, der die Lehre da verbreitet. Oder er sagt, das stimmt nicht, das hat der Satan dir eingegeben und er geht weiter zu seinem falschen Weg. Oder er ist verständig und verfasst sich mit der Lehre. Ja, und so hält man manche Irrtümer sein Leben lang fest. Man will sich nicht eingestehen, dass es vielleicht falsch war. Buch des Lichts lehrt immer, dass der Glaubensteil der Religionen für 2000 Jahre sehr gut war, weil die Menschen nicht das Manas hatten, um diese Sache wirklich zu verstehen, wie sie wirklich ist. Ja, so hat es wenigstens ein bisschen überlebt. Und jetzt, The Book of Light lifts the veil, der hebt den Schleier. Und darum ist es auch unterschiedlich zu Isis enthüllt, denn der Name von Isis enthüllt ist falsch. Blavatsky hat ihr Werk original und ursprünglich genannt, die verschleierte Isis. Großer Unterschied, denke ich mal. Eine Frau eine Burka trägt oder nicht, ja, angenommen. So, was ist also echte Wissenschaft, meine Lieben, im Vergleich zu Pseudowissenschaft? Ja. Pseudowissenschaft dekretiert, was wahr und falsch zu sein hat, umso leidenschaftlicher und gehässiger, je weniger sie wirklich objektive, also, wie soll ich sagen, jeder Kritik standhaltende und damit sich standhaltende und damit sich selbst stützende Erkenntnisse, sondern mehr liebgewordene Irrtümer zu verteidigen hat. Die Wissenschaft von heute verteidigt liebgewordene Irrtümer. Sie sagen, der Mensch stammt von Affen ab. In Wirklichkeit haben sie da, wo sie erst nur Affenknochen gefunden hat, plötzlich auch Menschenknochen gefunden. Oh, wo kommt der Mensch her? Ganz egal, setzen wir die Affen einfach ein Stück zurück. Ja, genau. So müsst ihr es machen. Dabei stammt natürlich der Affe vom Menschen ab, wie das Buch des Lichts lehrt. Und ihr seht auch hier, dass diese Vorträge nur ein Anreiz sind, um sich mit der Lehre zu befassen. Hm. Naja, man muss wirklich sagen, weil wir beim Thema Wissenschaft sind, dass das ja vor allem ein System von Erkenntnissen ist. Erkenntnis hat also ein Komplex von Erscheinungen als Gegenstand, ja, den sie also für die abstrakte Erkenntnis nach bestimmten Gesichtspunkten in ein Verhältnis von Begriffen überführt. Und genau deshalb ist ja an der Spitze jeder Wissenschaft ein Begriff, von welchem der Teil oder der Teil aus dem Ganzen aller Dinge gedacht wird, von dem sie eine vollkommene Erkenntnis in abstrakte verspricht. Man kann ein System der Physik oder der Chemie begründen, indem man, was die sämtlichen Naturtatsachen, die man eben unter dem Begriff Physik und Chemie zusammenfassen, sich gewöhnt hat, nach einheitlichen Gesichtspunkten klassifiziert. Damit sich daraus ein für die praktische Anwendung leicht übersehbares, einheitliches Gesamtbild ergibt. Eigentlich gibt es auch Systeme der Philosophie. Und die versuchen, die Gesamtheit aller erkennbaren Erscheinungen überhaupt, die man unter dem Begriff Welt zusammenfasst, auf ihre letzte Wurzel zurückzuziehen, das macht das Buch des Lichts ganz radikal. Radikal, Radis, Wurzel. Wollen wir mal die Frage stellen. Ist auch das Buch des Lichts ein System von Erkenntnissen in dem bisher von mir besprochenen Sinn? Auch das Buch des Lichts geht ja zunächst von rein praktischen Erwägungen aus. Es will leidfrei machen. Vollkommen leidfrei. Ja, was glaubt ihr, warum ich sonst hier sitze? Um mich und euch leidfrei zu machen. Deshalb. Also bis zu einem äußersten Grade, dass man keinerlei unangenehmen Empfindungen mehr ausgesetzt ist. Ja? Auch keinen solchen, wie sie zum Beispiel Alter und Krankheit in Gefolge haben. So kühn ist das Buch des Lichts, meine Lieben. Sogar, vor allen Dingen, auch das Thema jetzt immer wieder, das Grundthema, du bist unsterblich, der Sterbeempfindung für ewig zu entrinnen. Ja? Zu dem Zwecke will das Buch des Lichts helfen, dir deine Zukunft zu gestalten, die aus Rückzug besteht. Rückzug. Das Problem ist ja das Leiden. Wie löst das Buch des Lichts das Leiden? Es bezeichnet zunächst mal das letzte umfassende Kriterium allen Leidens oder alles Leidens die Vergänglichkeit. Diese vergänglichen Strukturen, Ursprung der Rassen, Entwicklung der Rassen, Ursprung der Tiere, Ursprung der Himmelswelten, Ursprung und Aktivität von anderen Planetensystemen und so weiter und so weiter wird alles erklärt im Buch des Lichts. Aber unter dem Gesichtspunkt der Vergänglichkeit, was mir irgendwann mal entschwindet, ich bitte euch, das wird mir doch, indem es mir entschwindet, Leiden bringen. Umso größer ist das Leid, je größer der Genuss des nunmehr entschwindenden Objektes war. Gilt natürlich auch für Personen, Personen und Dinge. Da ist natürlich dieses Paar, das zu mir gekommen ist. Und die haben gesagt, wir wollen uns immer lieben und freuen uns schon darauf, uns im nächsten Leben wiederzutreffen. Dann habe ich, zehn Jahre später, ihn getroffen und sie war gestorben. Er war vernichtet. Ich sage, ihr trefft euch doch wieder. Ja, sagt, aber ich konnte dem Leiden nicht entkommen, als sie gestorben ist. Aha. Ja, das Buch des Lichts hätte dich von dem Leiden auch erlöst, aber dann hättest du den gewaltigen Quantensprung wagen müssen, dich auch von ihr vorher zu lösen. Traust du dich? Traust du dich? Glaubst du, wir machen hier irgendein pseudoesoterisches Gesülze? Hier geht's zur Sache, meine Lieben. Ja? Hier wird kein Glück und keine Harmonie in der Welt und Schönes und das, das lernen wir nicht. Wir lernen die Wahrheit. Die Wahrheit wird euch befreien. So hat also das Kriterium für das Leiden das nicht beharrende, nicht unveränderliche, nicht ewige, welches Buch des Lichts als vergänglich übersetzt wird, also mit dem Begriff Anicca. Kontradiktorische Gegenteil von Nicca oder Nicca, wie man will, beharrend, unveränderlich, also ewig. So hat das Buch des Lichts das Mittel gefunden, um zunächst einmal den ganzen Umfang des Leidens, also die Lehre aller Erscheinungen in den sichtbaren und unsichtbaren Welten, von denen die jetzige Wissenschaft ein Putzelchen ist, ein Zipfelchen, ein Zapfelchen, das erst einmal zu beschreiben. Zugleich muss ich hinzufügen, es ist nicht unbedingt nötig. ein schlicht denkender Mensch mit gesundem Menschenverstand, der braucht vielleicht nur einen Vortrag von mir, liest ein Buch des Lichts, um loszulassen, das geht auch. Aber bisher bin ich so einem noch nicht begegnet. Vielen begegnet, die gesagt haben, jetzt befasse ich mich mit dem Buch des Lichts. Der Kampf beginnt, es ist super schwer, ich will, ich will das Todlose, ich will das Unsterbliche. Ja. Also, die gewaltige Aufgabe des Buch des Lichts, meine Lieben, ist das Phänomen des Lebens in die einzelnen Komponente aufzulösen und diese Komponenten in ihrem gegenseitigen Verhältnis zu durchschauen. Vor allem auch das Geheimnis des Bewusstseins. Noch heute zählt das zu den unlösbaren Welträtseln. Buch des Lichts löst das ganz klar, du bist nicht dein Bewusstsein. Damit ist die Frage schon beantwortet. Du hast ein Bewusstsein. Du kannst es benutzen. Was glaubst du wozu? Zu zwei Dingen. Um dir der Dinge bewusst zu werden, dann dir bewusst zu werden, dass sie nicht du bist, dass sie nicht du sind, so zu sagen. Und dann, um dich davon zu lösen und am Schluss löst du dich auch von deinem Bewusstsein, welches auch an der Tat ist. Ehre sei dem Buch des Lichts, immer und immer wieder, mein Lieben. In unvergleichbarer Weise löst das Buch des Lichts dieses Problem und beschreibt das Bewusstsein. Und das machen wir im nächsten Vortrag. Also, du bist unsterblich, aber nicht, wenn du so weitermachst und dich weiter mit dem identifizierst, was du nicht bist. um... und dich weiter mit dem das Buch und dich weiter mit dem Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017